ja hallo herzlich willkommen zurück ja wir sind hier immer noch sehr knapp auf der wir gleich gestern beendet habe ohne es euch zu sagen ja wir hätten auf jeden Fall etwas von Gohan ja sie sind ein schweres Gokku, ich werde diesen Mannen verabschieden, holen Gohan zu irgendwo sicher wissen Sie von Gohku, ich glaube, er hat die Instantransmission benutzt für Gohan aus hier gut, jetzt dass Gohan alles sicher ist mit Bulma, können wir endlich auf den Kampf hey, Piccolo, deine Gesichter ist verdammt, warum bist du erschrecklich? ich bin nicht Nein. Warum ist der Gesicht so gut? Oh, die sind mit 10. Johann Frieser und Ferle. Rumble! Oh, war ein bisschen zu hart hier für meinen Stabdruck. Oh, war ein bisschen zu hart hier. War ein bisschen zu hart hier. Ja. 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 10 10 Menge Erfahrung gegeben. Das ist Goku Stufe 8. Und war nicht Safe-Shun Level 10. Gohan, es sieht nicht aus, dass es einen Schrauch auf dich gibt. Goku, kannst du ein bisschen mehr Begründung für dein Sohn? Ich glaube. Aber Gohan ist ziemlich stark. Er sieht aus, dass er bereit ist zu kämpfen. Außerdem, du solltest das wissen. Ich meine, du bist derjenige, der ihn schon seit kurzem trainiert. Ja, aber er hat noch viel zu lernen. Also, Bulma hat mir gesagt, was passiert. Ich will auch noch zwei kämpfen. Ich bin bereit. Ja, ich freue mich zu kämpfen, mit Kohan zu kämpfen. Um, hier ist die Sache. Aber ich weiß, dass du mit deinem Vater und den anderen zu kämpfen und alles, aber... Ich muss mich entschuldigen. Ich fühle mich schlecht, dass du in das alles getrennt hast. Ja. Das braucht er nicht sagen. Das wissen wir schon. Oder sei es ich schon? Wir gucken jetzt mal. Ah, Gohan ist Level 8. Okay. Es sind alle so ungeschaut auf dem Einheitslevel. Aber ich kämpfe mit Ticolo mal weiter. Piccolo war es Piccolo. Okay, ich habe nicht erwartet, dass ich mich kämpfe mit meinem eigenen Kloni kämpfe. Its Macht und andere Charakteristiken sind die gleichen wie meine. Und ich glaube, dass seine Körper und seine Fähigkeiten sind die gleichen wie meine, auch. Es ist nicht jeden Tag, dass ein Spieler aufhören, wo man weiß, wo ihr alle ihre Gefühle und Schwierigkeiten kennt. Nobody knows me better than me, after all. I can use that to my advantage. I'll pull out all the stops, since I'm basically fighting myself. Yeah. Er hat lila Hosen an. Brace yourself for the coming battle. Get ready. Here goes. Your ghost. Your ghost. Counter. Counter. Your ghost. Wow! Okay, Krillins KMH hat halt gar nichts gebracht, aber egal. Ich würde behaupten, ich schlag mich eigentlich ganz gut. Ich baller die jetzt erstmal ein bisschen nach oben. Ich mag mein Team, also im aktuellen Zustand auf jeden Fall. Hm, alle Stücke neu. Vegeta, Nappa und Kenchenhan. Kenchenhan ist irgendwie ein bisschen Fehl am Platz, muss ich sagen. Ah, schönes Tutorial. Die Z-Refektion. Ah, mein ich durch die ganze Zeit nochmal auf LT. Ja, genau. Scheiße. Ja, ich gehe. Ja. Ja, ich gehe. Du hast du hier. Du hast du hier. Du hast du hier. Du hast du hier. Und das ist die E-Defendung, das war's. ich weiß nicht warum ich wollte eigentlich jetzt die ganze zeit diesen links machen mit dem geld kann man hier relativ wenig anfangen muss ich sagen ich finde ich ein bisschen schade eigentlich da kann man sich nur kapseln gericht manche kosmetischen items die lobby Oh, da hätte er fast eine Hörnspiel wieder gemacht. Das war's für heute. Da-dum. Da-da-da-da-da-dum. Ja, Piccolo braucht nur ein bisschen. Aber ich tausche jetzt die zweite mal aus, weil ich will jetzt, ich möchte ja gerne das ganze Team irgendwie, ähm, höher bringen. Ähm, die Yamcha. No matter how many of these clones we beat down, more of them just keep popping up. There's got to be some other way to stop them. No, there's no other way than just fighting them. Give it up. Oh, come on, don't say that. You've got the power of the former Guardian, right? Can't you just tap into that? If it worked that way, Yamcha, don't you think I'd be doing that? Well, I guess being the former Guardian doesn't mean that much. Tch. Unbelievable. If you've got time to waste relying on gods, use it for training instead. Geez, that does sound like something Kami would have said. Oh, fine, I get it. I'm sorry, I'm sorry. All right, I'll show you I don't need to ask others for help. Come on. Dearest heavenly Kami, don't let the enemy be too strong. Amen. I can see why Balmer chose Vegeta. Oh god, you're shot from Piccolo. I think that's so good. Hm. But it's not so bad. Let's get it. Listen to the��� in there. J还 Das muss ich mal gucken. Kölngranate AT, Lichtgranate, 2 Stimmen Kennen, Lenk-Emergie, Dämonenschlitzer, Dämonen-Ellenbogen. Ah, das habe ich gerade gemacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist auch ein Klon von mir, huh? Ich glaube, das bedeutet dass ich selber kämpfen werde. Aber wann wurde dieses Klon gemacht, ich fragte mich. Wie viel meiner Zeit hat sich in die Zähne gepflegt? If it was made after Elder Kai helped awaken my hidden power, I might have some trouble taking it down. It'd really help me out if it was made before I pulled out the Z-Sword. Or the level I was at the last time Frieza showed up. You don't really seem like you're gonna engage me in conversation, do you? There's no point in just standing here. I'll have to judge its power by fighting it. I have to be careful not to get too distracted when fighting this thing. Yeah. It's a lot of this. Ah, Captain, get tricked. Be dead. Be dead. Here it goes. Here it goes. Here it goes. Nice. Beat it. Try this one for size. Zia. 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 Beat it. Try that. Zia. Bum 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 bum. Da oben sind auch noch mal welche, sind die vorhin aufgetaucht, oder waren die da schon vorher? Da hin, dann balle ich die zwei noch weg Das bewegt mir die Füße, die ich habe, was er ist, was er ist? Der Mannann ist verrückt! Super! Wait, doch bitte! Das war's! Super! 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 Beide ich! Super! ja 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 So langsam habe ich es raus. So langsam. So langsam kriege ich Finn mit denen. Oh, okay. Superkrieg Story Kapitel 6. Eine neue Bedrohung. C21 tauchte auf. I'm starting to get the feeling that we've just found the base. Watch out! Somebody's coming! So, you're here at last. 16, it's you! It's really you! So tell me, do you have your old memories? You do! You remember us! I can tell! So what if I do? Wait a second. What are you saying? It means that you're the 16 that we've always known. Remember when we fought side by side all those years ago? Why are you helping the Red Ribbon Army? I mean, that's insane! There is no need for me to answer. Please stop! No, wait! We don't want to fight you, 16! Just walk away from this nonsense with the strange waves and the clones! Your motives are not relevant. If you will not engage, I will. This should be a great fight! It's all or nothing! Let's go! Let's go! Das war jetzt nicht wirklich schwierig. Und wenn er durch die Arme ist, dann können wir wieder Freunde sein. Apolosig, aber ich kann nicht die Arme nicht verlassen. Ich kann nicht das Monster gehen. Monster? Ja, die Red Ribbon Arme ist der heutige Leader, Android 21. You're saying there's an Android 21? There is. I have been complying with 21's orders. However, 21's personality is growing, more savage by the day. Were I to leave my post. Exactly. If you were to leave your post, she would never awaken again. Hey, you're the researcher from before! 21! What in the world? She's 21? Hmm, plot width. As you were to leave your post, I guess, go to the internet. So, here's the link. You can go to the link. I'll see the link. Then we can start. See you! Bye. 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 Vielen Dank.